Ich bin wertvoll und vollständig. Ich habe überall Erfolg. Ich werde allerorts gemocht und akzeptiert. Ich habe ständig Glück. Ich liebe Geld und das Geld kommt immer zu mir, denn das Geld liebt mich. Ich habe Mut und komme daher mit jeder Situation zurecht. Ich bin beruflich, erfolgreich und glücklich. Ich habe alles, was ich brauche und was ich brauche, kommt zu mir. Alles, was gut ist, kommt zu mir. Um mich herum sind liebevolle Menschen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin selbstbewusst, denn ich glaube an das, was ich tue. Ich bin mit ganzem Herzen bei der Sache, deshalb empfinde ich Freude am Tun. Ich bleibe im Inneren stets unberührt vom Außen, deshalb bin ich gelassen. Ich liebe mich, denn ich bin wunderbar. Ich bin dankbar für so vieles jeden Tag. Ich bekomme immer mehr und mehr Geld. Ich lebe im Überfluss und ich liebe es. Ich esse gesund, denn es hält meinen Körper fit. Ich meditiere, denn es lässt meine Energie strahlen. Jeden einzelnen Tag geschehen Wunder für mich. Ich erhalte täglich mehr Geld. Ich finde immer Gutes in den Menschen. Ich bin mutig und anpassungsfähig, Deshalb bin ich heute so erfolgreich. Ich bin wertvoll und vollständig. Ich habe alles, was ich brauche. Ich liebe mich selbst sehr. Meine Energie ist unvermeidbar. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020